So, wir sind zurück bei unserer Aufgabe, der Baum und seine Positionsmarke. Bei dieser Aufgabe gibt es ja noch was zu tun. So, da sehen Sie mich auch noch. Da gibt es ja noch was zu tun. Und zwar ist die Aufgabe, ein Cursor zu programmieren. Sie kennen Cursor normalerweise in einem Textverarbeitungsprogramm. Also wenn ich hier das mal so simuliere, wo eine Markierung auffällt, optisch, die Sie bewegen können. Zum Beispiel mit der Maustaste, mit den Pfeiltasten nach rechts oder links oder oben oder unten. Dann können Sie nach oben eine Zeile springen oder nach unten, nach rechts oder links sich bewegen. Und dann zum Beispiel ein Zeichen löschen oder ein Zeichen einfügen an der Stelle. Die gleiche Idee kann man auch auf einen Baum anwenden. Also unsere Datenstruktur, die wir uns gebaut haben. Und diese Datenstruktur entlang wandern. Der Code, den wir dazu geschrieben haben, ist perfekt. Und darf aber nicht mehr geändert werden oder angepasst werden für diese Aufgabenstellung. Sonst würden wir ja eingreifen. Sonst hätten wir eine Datenstruktur geschaffen, die wir anpassen für ein äußeres Umgehen damit. Sie können sich allein schon von der Anschauung vorstellen, wenn Sie so eine Baumstruktur haben. Da ist ja Cursor nichts anderes als ein Zeiger auf ein bestimmtes Element in diesem Baum. Also auf ein Knoten. Und auch da würde Ihnen jemand das Kommando geben, wie hier, Cursor down. Dann würden Sie einfach auf den Knoten da drunter zeigen. Das heißt, an der Datenstruktur des Baums muss sich überhaupt nichts geändert haben. Sagt Ihnen jemand Cursor up, dann würden Sie auch mit dem Finger wieder nach oben gehen. Dann dürften Sie jetzt also nicht bei den Knoten einen Rückverweis auf den Elternknoten machen. Das wäre also nicht erlaubt. Erinnern Sie sich noch an das Bild, wie das aussah. Und damit wir das vielleicht ein bisschen besser diskutieren können, schauen wir uns das gleich mal grafisch an, wie das aussieht. Hier zum Einstieg nochmal der Code, mit dem wir arbeiten. Wir haben dieses Interface, iNode, das ist angelegt. Und auch hier ist, wie wir das vorhin in dem anderen Video schon gemacht haben, überall auch iNode eingesetzt in den Methoden. Wir arbeiten also nicht mehr direkt mit der Klasse Node, sondern immer nur mit iNode. Entsprechend ist das auch in der implementierenden Klasse Node passiert. Hier gibt es also auch nur noch iNodes. Was ein wenig anders ist bei diesem Code, ich ändere ja immer gerne ein kleines bisschen, dass ich hier keine Asserts oder sonst was stehen habe, sondern einfach überprüfe, ist die übergebende Zahl der Integer hier kleiner 0 oder größer gleich der Arität, also der Anzahl der Beinchen, die dieser Knoten hat, dann werfen wir eine Exception, eine Array Index, Art of Bound Exception. Das ist jetzt nur eine Entscheidung, um Ihnen mal zu zeigen, dass man das auch anders machen kann. Weiter diskutieren will ich das gar nicht. Also dieses, was sind Exceptions und was sind Assertions, das lassen wir jetzt mal gut sein. Hier ist nur eine andere Alternative von mir umgesetzt. Und was Sie auch noch sehen, was wir vorhin in dem Video ein wenig anders gemacht haben, da hatte ich noch hier auf Null verglichen, ungleich Null. Das ist mir in dem Moment nicht aufgefallen, als ich das geschrieben habe. Es ist wesentlich eleganter, hier an der Stelle zu sagen, Node ist Terminal und dann, wenn es eben nicht ein Terminalknoten ist, dann guckt man sich die Kinder von dem Knoten an und fügt das zur Konstruktion der Zeichenkette hinzu. So weit, so gut, das ist unser Code und hier ist jetzt unsere Lösung, die Klasse Cursor. Und die besteht strukturell wieder aus sehr wenig. Sie hat drei Variablen, Parent, Node und Link, vom Typ Cursor, vom Typ Inode und vom Typ Integer. Und zwei Konstruktoren, die zu verstehen Ihnen wahrscheinlich erst dann besser gelingt, wenn ich Ihnen das mal versuche, alles aufzuzeichnen. Ich wechsle mal den Bildschirm. Mal gucken gerade, ob das so funktioniert, wie es soll. Und gleich haben wir es, Entschuldigung, kleinen Augenblick noch. So. Jetzt sollten Sie mein iPad sehen, auf dem ich zeichnen möchte. Da sehen Sie ein Beispiel. Hier haben wir unseren Baum, den ich gemacht habe und jetzt nochmal die Idee von dem Cursor. Cursor wäre also hierauf zu zeigen und wenn jemand Down sagt, Sie kennen aus der Aufgabe die ganzen Methoden, die es gibt, dann soll der Cursor hier drauf zeigen. Wenn es wieder abheißt, geht es wieder zurück. Bin ich mit dem Cursor an dieser Stelle, das heißt, Sie haben schon gesehen, wenn ich Down mache, heißt es immer das linkeste Beinchen von einem zu nehmen. Man könnte auch sagen, das erste Beinchen mit dem Index 0. Bin ich hier und sage, geh nach rechts, dann heißt das, unser Cursor ist jetzt hier. Sind wir hier, können wir zum Beispiel auch wieder runtergehen, Down, dann sind wir hier, nach rechts gehen, sind wir da. Sagen wir, wenn wir hier sind, ab, dann landen wir wieder hier. Also auf diese Art und Weise navigieren wir durch. Und wenn wir zum Beispiel, na, geh mal als Beispiel hier hin, wenn wir diesen Knoten gewählt haben, dort der Cursor drauf ist, dann können wir den zum Beispiel auch nullen oder, also deleten, oder wir können hier einen alternativ anderen Knoten einfügen. Also mithilfe des Cursors können wir auch einen solchen Baum überhaupt erst aufsetzen und bauen, wenn wir das möchten. Hier sind die Variablen zu sehen, die meine Klasse Cursor hat. Jetzt mal möchte ich Ihnen erklären, was ich da ändere. Wie gesagt, an dieser Datenstruktur des Baums werde ich überhaupt nichts anpacken. Das lassen wir alles schön bleiben. Lassen wir die Finger von. Malen wir also mal ein Cursor-Objekt. Ich lasse das jetzt mal einfach rot. Ich schreibe da jetzt nicht mehr Cursor rein. Sie wollen zur Erinnerung C. Das würden wir als Wurzel auf die Wurzel setzen zu Beginn. Da geht es ja los. Und das ist unsere Variable Node. Die auch vom Typ iNode ist. Das erfüllt ja jeder Knoten. So, Parent. Das ist jetzt in dem Fall null. Es gibt keinen Eltern Cursor. Das werden Sie gleich merken, dass da eigentlich der Trick drin liegt, dass wir einen Eltern Cursor haben, einen Parent. Und dann haben wir noch eine Variable Link. Und die ist eigentlich hier an der Stelle irrelevant. Und aus diesem Grunde ist die auf Minus 1 gesetzt. Das ist also ein Integer. Gut. Jetzt kommt, wenn wir sowas machen wie Abgehen, also die Ab-Methode, dass wir jetzt draufwandern wollen mit dem Cursor, der jetzt hier gerade drauf zeigt. Also der Cursor sozusagen das hier einklammert. Wollen wir jetzt hochgehen? Gibt es nichts. Das wissen wir darüber, dass der Parent Cursor nicht existiert. Also lassen wir das schon bleiben und bleiben mit dem Cursor da. Wenn wir jetzt nach rechts gehen wollen oder links, können wir auch vergessen, wir sind hier auf dem Wurzelknoten, zeigen wir drauf. Da gibt es sowas nicht. Da macht das alles gar keinen Sinn. Gehen wir also runter. Was passiert dann? Wenn wir also hier gerade sind und wollen jetzt runtergehen. Was dann passiert? Wir werden einen neuen Cursor anlegen. Und zwar ein ganz neues Cursor-Objekt. Das Herz jetzt als Node selbstverständlich die 7. Hat als Parent den vorherigen Cursor und als Link, jetzt wird es ein bisschen tricky, wir müssen uns merken, der Parent, der darauf zeigen kann, auf dem Node, da müssen wir uns merken, über welches Beinchen werden wir erreicht. Also von dem Parent, wo ist unser Beinchen nach unten? Wenn wir das so wollen. Wenn wir das mal so ausdrücken wollen. Darum ist der Link hier, sorry, Farbe wechseln, der ist 0. Weil Sie wissen, die Beinchen sind ja durchgezählt 0, 1 und auch hier 0, 1. Wenn wir jetzt an dieser Stelle sind, und nach rechts gehen, dann müssen wir den hier nach drüben bewegen. Dann könnten wir jetzt zwei verschiedene Lösungen machen. Wir könnten schlicht und ergreifend einfach sagen, wir müssen jetzt die Sachen hier umbiegen. Dieser Pfeil gehört da nicht mehr hin. Die 0 ist da nicht mehr richtig. Das heißt also, wir würden jetzt da drüben hin zeigen und unser Link würde auf 1 gesetzt werden. Das ist das Beinchen, unter dem dieser Cursor erreicht wurde, aus der Perspektive des Parents. Das kann man entweder so machen oder Sie sehen eine Besonderheit hier, ich habe diese Variablen als Feine gesetzt. Das heißt, die lassen sich gar nicht mehr ändern. Ich kann dieses Umändern der Referenz gar nicht machen. Final heißt, sobald ich den Variablenwert einmal gesetzt habe, kann ich ihn nie mehr ändern. Das heißt, hier bin ich also in der Notwendigkeit, dass ich das irgendwie anders lösen muss. Jetzt müssen wir hier die Operation hier mal wieder rückgängig machen. So. Wenn ich also nach rechts gehe, dann lege ich wieder einen neuen Cursor an. einen neuen Cursor, der da drauf zeigt, der Parent, sorry, Note, 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 der einen Link hat, der ist jetzt 1, selbstverständlich, und der auch einen Parent hat, und welchen Parent hat er? Wir müssen uns jetzt also nur merken, welches ist gerade unser aktueller Cursor, aber Sie können sich gut damit vorstellen, wenn ich jetzt hier nach rechts gewandert bin, und ich will jetzt wieder hoch, ja, dann werde ich meinen Parent befragen, und dann bekomme ich den Cursor hier oben wieder zurück, der da drauf zeigt. So ist also die Logik des Codes. Das muss man ein Weilchen auf sich wirken lassen. Wir schauen uns jetzt mal den Code direkt ein. Dann muss ich das hier wieder beenden. Ich hoffe, das hat ja alles wunderbar geklappt. Ich kann das während der Aufnahme leider nicht so überprüfen. Und wir gehen zurück zum Desktop 1 und müssen das wahrscheinlich schließen. Sekunde, das wird man wohl auch gleich hören. So, jetzt haben wir also hier unser Interface, unsere Klasse Note, und hier ist der Cursor. Und jetzt würde ich nur kurz mit Ihnen durch den Code durchgehen. Der gesamte Code ist verlinkt in der Videobeschreibung. Sie können sich den also dann in Ruhe noch angucken. Hier also die drei Variablen. Jetzt, wenn ich also auf einen Wurzelknoten, ne, ne, mal gerade mal, doch hier, fangen wir mit den Wurzelknoten an. Dann ist mein Elterncursor nicht vorhanden. Also ich übergebe einfach dem Cursor einen Knoten, an den ich mich assoziiere. Dann ist mein Wurzelkursor, äh, mein Elterncursor null. Da heißt es eigentlich ein bisschen unglückig, Root Note, Root Cursor. Has no parent Cursor. This Cursor Has no parent Cursor. Wir könnten auch hier schreiben, this initial cursor has no parent Cursor. Das ist vielleicht ein bisschen klarer an der Stelle. Dann haben wir hier den Knoten, den wir uns einfach merken, auf den wir zeigen. Und Link, wie ich Ihnen sagte, wenn ich keinen Elternknoten habe, ist eigentlich die linke Angabe irrelevant. Hier ist sie einfach auf minus 1 gesetzt. Wenn wir an anderer Stelle, das ist ein privater Konstruktor, der kann also nur von meinem Code heraus aufgerufen werden, nicht von Ihnen. Das ist unmöglich, das von außen zu tun. Da sehen Sie, dass ich die Möglichkeit habe, parent so einen Link zu übergeben. Und dann ist der parent, einfach der parent, den wir hier angeben. Und der Knoten, da sehen Sie so ein nettes Konstrukt, dass wir über den Node laufen, über den Parent Node, also über den, merken Sie schon, wir gehen an den Elterncursor, adressieren da den Knoten und holen uns dann das Kind unter dem entsprechenden Link. Geschnuggelt, was ich da gemacht habe. Ich kann also auch einen Cursor erzeugen, indem ich sage, das hier ist ein Elterncursor und du bist ja assoziiert mit einem Knoten und unter einem bestimmten Link bin ich jetzt zu erreichen. Das ist mein neuer Cursor. Das haben wir hiermit erledigt. Und die ganzen Methoden, die es dazu gibt, sind dann relativ trivial implementiert. Einige sind ein bisschen tricky. Wir gucken uns das mal gerade im Echtzeitbetrieb an. Hier sehen Sie ein kleines Beispiel, was ich schon vorbereitet habe. Wir haben hier diesen Knoten mit plus 2, der ist relativ langweilig. Wir öffnen das mal gerade. Open tree. Wenn wir uns jetzt den Cursor anschauen, dann sehen Sie, dass es einfach auf diesen Knoten zeigt mit dem Plus und weil die Beinchen nicht belegt sind, sind die beide null. Interessanter ist dieses Beispiel hier, wo wir den Add-Knoten haben mit diesem Plus. Links eine 7, rechts eine Division von 4 und 2. Und da legen wir jetzt mal einen Cursor an. Cursor C gleich New Cursor. Und wenn Sie hier sehen, drücken die Tabulatortaste, sehen Sie, dass Sie nichts anderes machen können, als nur einen Knoten angeben. Also nehmen wir diesen Add. So, und dann ist jetzt die ToString-Methode, liefert uns also neben der Tatsache, dass wir hier sehen, dass wir einen Cursor haben, auch die übliche ID zurück. Das mal umgangssprachlich ausgedrückt. Und worauf verweist er, auf welchen Knoten verweist er, also diesen Plus mit und so weiter. Jetzt können Sie also C zum Beispiel machen und ein, wir versuchen mal hochzuwandern, dann sehen wir, geht nicht. Wir bleiben einfach da stehen, wo wir sind. Der Cursor lässt sich nicht nach oben bewegen, wenn ich auf dem Wurzelknoten bin. Das merke ich daran, dass ich keinen Elterncursor habe, also keinen Cursor, mit dem ich nach oben verlinkt bin. Wenn ich Down gehe, dann bekomme ich die 7. Das ist immer der linkeste Knoten, wenn ich Kinderknoten habe. Wenn ich möchte, kann ich jetzt also um 1 nach rechts gehen. Dann nehme ich also Down und Right. Dann sind wir also auf dem Divisionsteil. Wenn ich da runtergehe, Down, dann bin ich auf der 4 und möchte ich da rechts gehen, Right, dann bin ich rechts. Gehe ich nochmal nach rechts, da haben wir wieder diese Überlauflogik, dann wandere ich wieder zu viel rüber, der anderen Seite. Also wenn es zu viel wird, dass diese Modulo-Arithmetik, also die Kreislauf-Arithmetik, die ich da habe, bin ich da unten, kann ich natürlich wieder abgehen, selbstverständlich. Ich kann aber auch, wenn ich möchte, direkt zum Root laufen und dann bekomme ich den wieder. Das sehen Sie hier, selbstverständlich an der Repräsentation, aber auch, schauen wir uns am Anfang das mal an, da hatten wir diese Kennung, am Schluss E7.1 und da kann man sehen, das ist tatsächlich die Referenz auf den ursprünglichen Cursor wieder, den wir als Root-Cursor, wenn wir so wollen, haben. An diesen Methoden sehen Sie schon, dass immer ein Cursor zurückkommt und es ist jedes Mal, ist Ihnen das aufgefallen, eine neue Instanz, die wir hier zurückbekommen. Das liegt eben an der Tatsache, dass wir den Cursor so programmiert haben mit den Finals hier, dass sie nicht veränderbar sind. Wir sind also gezwungen, jedes Mal ein neues Cursor-Objekt zurückzugeben mit den veränderten Verhältnissen, die wir da haben an der Stelle. Zur Implementierung, At-Root bin ich also an meiner Wurzel, das hängt einfach mit dem Vergleich zusammen, habe ich ein Parent, Cursor oder nicht. Daran sehen Sie übrigens die Parallelstruktur, die ich mache. Die Knoten, die wissen von einem Baum, die können nach unten weisen. Das wissen wir über das Interface. Da geht das, dass wir ein Get-Shight kriegen können. Wir können auch fragen, wie viele Kinder gibt es denn über die Arität. Wir können also damit nach unten wandern. Wir können aber in einem Baum, zumindest mit dem Interface I-Node, nicht nach oben wandern. Das heißt also, dieses nach oben wandern muss der Cursor selber erledigen. Er muss also das Wissen haben, habe ich einen Elterncursor, der auf einen Elternknoten zeigt. Das darum also diese Struktur und jeder Cursor ist immer gekoppelt an einen entsprechenden Knoten. Der Knoten und der Link zur Erinnerung verweist also von dem Eltern auf mich, wo ich aktuell gerade bin, über welchen Link das passiert ist. Also AddRoot ist trivial, GetNode ist genauso trivial. Wir müssen einfach den Knoten zurückheben und gehen wir runter. Da sehen Sie, bin ich selber, also ist mein assoziierter Knoten gleich Null? Dann höre ich auf zu arbeiten, dann gehe ich auch nicht runter. Oder ist mein Knoten, auf den ich zeige als Cursor, Terminal? Dann bin ich auch fertig mit der Untersuchung. Ich gebe mich nämlich selber zurück. Ansonsten gebe ich einen neuen Cursor zurück. Und jetzt denken Sie dran, ich gebe den neuen Cursor zurück, eins drunter, wir wandern ja runter, und ich bin selber ja jetzt der Elternknoten, gebe mich also mit this da ein und sage immer, weil wir mit dem linkesten anfangen und der Link ist dann die Null. Müssen Sie vielleicht nochmal auf sich wirken lassen, aber das ist gar nicht so unlogisch. Und was Sie auch sehen, was ich hier gemacht habe, was so schön ist, kompakt keine IF-Anweisung oder sowas, sondern einen ternären Operator zu wählen dafür. Wenn ich hochwandere, muss ich einfach gucken, bin ich schon am Wurzelknoten, und wenn nicht, dann kann ich den Wurzelknoten, den Wurzelcursor, wenn nicht, darf ich den nächsten Elterncursor zurückgeben, ansonsten bleibe ich da, wo ich bin. Das haben wir eben auch erlebt. Hier sehen Sie eine Shift-Implementierung, also Right und Left greifen auf Shift zurück. Shift heißt einfach, bewegt dich um eine Anzahl von Schritten nach rechts, nämlich hier nur einen Schritt, und verschiebe den Cursor auf der gleichen Ebene des Baums, um so und so viele Schritte mit, wenn es negativ ist, nach links. Also hier sagt die Zahl, positiv nach rechts bewegen, und die Zahl negativ nach links bewegen. Die kann aber jetzt beliebig groß sein, das sehen Sie hier an der Stelle. Und jetzt muss ich natürlich diese, wie Sie es schon oft bei mir geübt haben, die Modulo-Arithmetik umsetzen. Das passiert also an dieser Stelle, dass ich mir die Arität hole vom Elterncursor des Knoten, also damit meinen Elternknoten, die Arität, normalisiere erst mal, also wenn ich zu große Zahlen habe, dann addiere ich noch mal drauf, die Arität, um aus dem negativen Bereich rauszukommen, und dann kann ich den Cursor, wenn ich dann rüberschiebe, ich kenne ja meinen Elterncursor, mache den aktuellen Link plus N, dann mache ich noch mal Modulo zum guten Schluss. Das heißt, damit habe ich dann auch den richtigen Link, den ich dafür brauche. Und Right und Left sind eben nur vereinfachte Aufrufe von Shift. Also ich musste damit, habe ich vermieden, Right und Left doppelt zu implementieren. Insert, ich kann also auch Knoten einfügen, über dieses Umherlaufen und auch löschen. Mit Root könnte ich einfach auf den Wurzelknoten hochwandern, direkt. Das passiert über eine Weihschleife, wo wir einfach schauen, bin ich schon ganz oben, wenn nicht, dann geh bitte wieder einen Schritt ab, solange bis du oben bist, und es keinen Elterncursor mehr gibt, und dann geben wir uns zurück. Das ist eigentlich schon alles und wir gucken uns nur noch mal an, an dieser Stelle, wie das ist mit dem etwas ändern. Wir sind ja hier C, das war unser Ausgangspunkt, und wir wandern jetzt einfach mal dieses C down. Jetzt sind wir auf der 7. Wir könnten sie zum Beispiel ersetzen, indem wir einfach sagen, Insert, und dann machen wir ein New Node und zum Beispiel die da rein. So, jetzt sehen Sie, dass ich auch, ich zeige ja auf diesen und wieder die Beobachtung, es kommt jedes Mal ein neues Cursor-Objekt zurück. Wenn wir jetzt aber auf unseren Ausgangscursor wieder gehen, dann sehen wir, ach, genau da ist die 8 auch tatsächlich geändert worden. Wir hätten sie selbstverständlich auch löschen können, Delete, dann würde da einfach ein Null eingefügt werden, das würden wir dann auf diese Art und Weise auch sehen. Sie sehen, also in dem Fall sind die Cursor immutable Datenstruktur, weil wir können dort die Variablen nicht ändern, aber der Node, der Baum, der durch Nodes aufgesetzt wird, der ist mutabel, den können wir mittendrin ändern. Das ist ja auch durch das Interface so gegeben und darüber können wir das möglich machen. Damit haben Sie dann tatsächlich die Aufgabe gelöst, setzen sich nochmal in Ruhe mit dem Code auseinander. Der ist, wie Sie sehen, von der Code-Fülle gar nicht so viel. Das sind ja, wenn man das mal davon absieht, drei Variablen, hier müssen die nur gesetzt werden, hier auch und dann sind es häufig Einsseiler, die wir hier haben und Shift ist eigentlich noch fast mit das Komplizierteste, was Ihnen aber nach so viel Modulo-Arithmetik, die wir gemacht haben, hoffentlich nicht mehr so schwer fällt. Dann gibt es noch das Insert, das Root, das ist aber eine sehr einfache Schleife und dann gibt es nur noch ToString. Es ist also gar nicht so kompliziert, man muss sich nur diese klar machen, wie diese Objektstrukturen aussehen und wenn Sie mögen, dann können Sie jetzt wieder den Objektinspektor von Ramon aktivieren. Denken Sie nur daran, dass wir leider diese Kollision haben, dass wir hier die Klasse Node auch so benennen, wie beim Objektinspektor. Wenn Sie sich das ein bisschen einfacher machen wollen, benennen Sie hier vielleicht auch die Klasse um, dann haben Sie diese Namenskollision nicht und können leichter Bilder erzeugen. Wenn Sie die Bilder erzeugen, dann werden Sie die Struktur wieder entdecken, die ich Ihnen eben an meinem Pad gezeigt habe. Ich habe die mal in einem früheren Semester, genau vor einem Jahr, habe ich das auch so an der Tafel mal entwickelt. Hier unten sehen Sie das und wenn Sie jetzt den Objektinspektor nehmen, dann werden Sie auch sehen, wie sich diese Struktur genauso abbildet wie hier. Nicht so wunderbar schon vorbereitet, Cursor alles nach links und Node nach rechts. Da werden Sie sehen, dass das ein bisschen anders in dem räumlichen Arrangement auf der Fläche aussieht. Aber wenn Sie genau hingucken, werden Sie wohl alles entdecken und es wieder so finden, wie das hier gezeigt ist. Ja, damit sind wir erstmal mit der Node-Klasse soweit durch.